So, was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich glaube ich ablegen. Weizen kommt eigentlich ins Bauernhaus. Müsste ich eigentlich laufen? Oder weiß ich nicht. Wird schon wieder... Das gibt's doch gar nicht. Das wird schon wieder dunkel. Ihr glaubt mir das nicht, aber es wird echt schon wieder... Das ist doch unfassbar. Wie oft das einfach dunkel wird. Das gibt's nicht. So, jetzt kann ich hier mal ganz kurz pennen gehen. Hier wollte ich ja... Ah, ja, ich erinnere mich. Hier wollte ich auch noch Türen reinmachen. Äh, ich muss jetzt mal hier hoch gehen. Genau. Hier hoch und dann hier hoch. Und hier... Ich kann nur Nacht schlafen. Dann werde doch mal bitte Nacht. Hier, das wär toll. Irgendwie ist die Mühle... Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist mit dem Dach. Äh, schwierig. Vielleicht sollte ich da doch Treppen machen. Dafür bräuch ich natürlich Holz, das ich nicht ausreichend habe, oder? Eigentlich nur als Treppen hab ich noch zwei. Müsste ich mal gucken. Wenn ich jetzt hier halt... Ah, passt sogar genau. Also reicht genau für... Die Anzahl an Treppen. Allerdings sind das zu wenige. Hm, doof. Warte mal. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Ähm... Auf jeden Fall reichen die Treppen ja nicht. Das heißt, ich muss neue machen. Oder mal gucken, ob ich noch welche habe. Ich weiß es gar nicht. Kann durchaus sein, dass ich hier noch welche drin hab. Boah, immer dieser weite Weg hier. Na gut, so weit jetzt auch wieder nicht. Aber immer das Hin- und Hergelaufe. Das macht irgendwie die meiste Zeit aus in Minecraft. Und hier kommt mir das immer so dunkel vor. Also wenn ich Treppen habe, dann müssten sie ja hier drin sein. Nö, ich hab keine mehr. Hätte ich auch noch diese Eichenholzstufen gehabt. Toll. Echt. Und Eichenholzbretter natürlich auch nochmal fünf. Was soll ich jetzt mit fünf Stück? Brauch ich auf jeden Fall. Toll. Echt schön. Und natürlich Tropenholz. Aber na gut, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Und hier sind Truhen. Das sieht gar nicht aus wie Truhen. Ansonsten Gemälde. Was ich alles noch habe? Birkenholz. Stufen. Wollte ich mit Birkenholz nicht auch irgendwas machen? Irgendwas wollte ich mit Birkenholz machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ähm. Ich erinnere mich nicht mehr. Scheiße. Ähm. Ne, das war es ja nicht. Ach, keine Ahnung. So, was mache ich denn jetzt hier? Hier bin ich ja komplett falsch. Ich habe zum Glück dran gedacht, Erde mitzunehmen. Scheiße. Habe ich hier noch? Ach ja. Genau. Ich habe hier ja noch Erde drin. Oder auch nicht. Ich habe hier noch Erde drin. Allerdings nur dieses Gras. Und das möchte ich nicht benutzen. Verdammt mich doch mal. Jetzt brauche ich. Ich kann ja auch. Ich nehme einfach den Sand. So. Das ist auch egal. Alter, die FPS ist echt im Arsch. Es tut mir leid. Aber ich kann ja auch nichts ändern. Das ist ja das Problem. Ich könnte jetzt noch bessere Grafikkarte kaufen, aber ich vermute, dass es trotzdem nicht klappen wird. Ich könnte natürlich auch mit der anderen Aufnahme aufnehmen. Also mit so einer Konsolen-Dings. Aber das bringt es auch nicht, weil das ist eigentlich nicht der Plan. Ich würde eigentlich das anders machen. Ach, verdammt. So, ich wollte hier aufs Dach. Genau. Aufs Dach steigen. Praktisch. Warte. So. Jetzt muss das hier natürlich weg. Komm ich denn irgendwie raus? Ja, sollte ich eigentlich. Ich hoffe, die Treppen reichen. Ich glaube nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so überhaupt geht, wie ich es mir gedacht habe. Ich würde ja gerne die Halbstufen wieder zu normalen... Huch. Hä? Falsche Taste. Die Halbstufen wieder zu normalen Dings machen, aber es geht leider nicht. Wie ich das hier machen soll, weiß ich noch nicht. Ich glaube, da muss ich ganze Blöcke nehmen. Ah, ich habe ja hier Halbstufen. Warte. Kann ich hier einfach zwei draufsetzen? Geht ja auch. So. Lalalala. Okay. So, 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 so. Nanu. So. Huch. Hä? Was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Ist doch falsch. Ich bin schon geistig verwirrt. Ich spiele einfach schon zu lange. Ich glaube, daran liegt es. So, jetzt muss das hier natürlich weg. Tatsächlich. Und zwar komplett, leider. So. Also jetzt erstmal... Hä? Warte mal. Das ist doch falsch. Das muss oben drauf, ne? Ja, so. So muss das. Und dann muss das hier so. Und dann so. Genau. So, jetzt habe ich da erstmal den Anfang gefunden. Was ich jetzt noch brauche, ist... Das Ding, das muss weg. Das muss weg. Das hier muss weg. Weg, weg. Okay, alles weg. Gut. Das sollte ich hinbekommen. Theoretisch. Sollte ja nicht so schwer sein. Ne? Eigentlich nicht. Nö. So, jetzt muss ich natürlich... Hier habe ich natürlich keine Stufen hingemacht. Ich bin so schlau. Habe ich komplett übersehen aus irgendeinem Grund. Und schon da oben angefangen. Aber es ist auch wurscht. So. Na gut. Ach, hier muss auch nochmal ein ganzes Ding hin. So. Okay. Und hier muss dann auch nochmal... Das sind nur Halbstufen. Ja, die müssen auch nochmal weg. Gut. Huch. So. Und hier auch nochmal. So. Mich stört das nämlich, dass man das Dach von unten nicht sieht. Das sieht dann so aus, als wäre da so eine flache Mühle. Ach, hier ist das schon richtig. Jetzt wäre das so eine flache Mühle einfach. Und das wollen wir ja auch nicht. Die braucht schon ein richtiges Dach. So geht das ja nicht. So. Huch. Äh. So. Okay. Und jetzt theoretisch... So, genau. Kann ich das einfach da ransetzen? Ist ja auch praktisch. So. Warte. Warte. Okay, das da hinten ist noch nicht richtig. So. 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 Genau. Huch. So. Und äh... So. Halt. Und so. Genau. Und hier hinten muss ich nochmal schauen. Das ist noch nicht ganz korrekt. Leider. Da muss ich die Treppe nochmal so rumsetzen. Genau. Jetzt stimmt es. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Würde ich jetzt mal sagen. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist noch mehr obendrauf. Ne. So reicht es ja nicht. Ist ja irgendwie klar. Und ich habe natürlich dafür nicht genug Treppen. Das war ja auch zu erwarten. Toll. Echt schön. Verdammt. Wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ein paar auf jeden Fall. Ja. Ein paar auf jeden Fall. Okay. Also. Ein paar habe ich ja noch. Also zwei. Aber es reicht ja nicht. So. Also. Ich glaube das mache ich noch fertig. Und dann kann ich ja mal eine Aufnahmepause machen. Ich spiele schon wieder seit fast drei Stunden. Ist ja unfassbar. Kommt mir gar nicht so lange vor. Kommt mir vor, als würde ich erst seit einer Stunde spielen. Krass. Also Minecraft ist auch so ein Phänomen. Das kann ich echt ewig spielen. Es ist unfassbar. Eigentlich. Hm. So. Hier ist das auch noch. Achso. Sieht natürlich komisch aus, weil da ein Absatz ist. So. Okay. Hier sind ein paar Schafe rangewachsen. Hier ist natürlich dann die FPS im Keller. Aber. So. Habe ich mehr Wolle. Wenn ich irgendwann Wolle brauchen sollte. Weißt du. Kann ich mir. Kann ich mir. Ein Bett im Kornfeld bauen. Und so eine Riesengröße für Riesen. Oder für Dinosaurier. So eine Schlafmatratze für Dinosaurier. Kann ich mir dann bauen aus Wolle. Das wäre doch sinnvoll. Äh. Was mache ich denn jetzt? Achso. Genau. Ich wollte Holz holen gehen. Holz holen gehen kann ich in. In sie Wald. In sie Wald. In sie Forest. So. Forest. Keine Ahnung. Fällt mir kein Wortwitz mit ein. Vor Estefania. Ne. Was? Soviel zum Thema. Fällt mir kein Wortwitz ein. Vor Estefania. Kennt auch jemand Estefania. Wie hießen die mit Nachnamen. Weiß ich gar nicht. Naja. Muss man ja auch nicht kennen. Glaube ich. Okay. Ich weiß gar nicht. Ob das hier reichen könnte. Theoretisch sogar reichen. Dann mache ich einfach neue Baum hin. So. Äh. Andererseits lohnt es sich natürlich nicht für die paar Holzseids hinzugehen. Ach. Naja. Aber das. Hm. Müsste reichen. Theoretisch. Das müsste reichen. Da müssten jetzt 24 Treppen draus werden. Oder? Ne. Moment. Also 32 Stück werden nicht. Ach. Ich weiß nicht wie viele draus werden. Vielleicht nur nur 20. Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet. Schauen wir gleich mal. Das sind schon mal 16. Ich habe 20 werden draus. Okay. Das müsste reichen theoretisch. Gut. Jetzt habe ich natürlich zwei Eichenholzbretter übrig. Die kann ich ja mal hier. Komm. Ich nehme einfach die mit. So. Und die Stufen hier. Die überflüssigen packe ich ja hier mal mit rein. Na. Eigentlich die hier. Ne. Das ist ja auch die falsche Kiste. Mache ich mal so. Da oben. So. Okay. Und dann. Ich muss schon wieder essen. Das gibt es ja gar nicht. Der hat einen Hunger. Das ist. Hoch. Scheiße. Oh Mann. Genial. Wollte ich eigentlich essen. Und jetzt habe ich die. Ach schön. Oh Mann. Also ernsthaft. Man könnte meinen. Ich mache das extra. Aber nein. 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 Ich bin natürlich wirklich so tollpatschig. Äh. Ne. Moment. Ich meine. Also. Ähm. Ja. Ja. Ich. Am besten. Ich sage einfach gar nichts mehr. Nein. Natürlich nicht. Natürlich sage ich noch wieder was. Weil das ist ja sonst irgendwie doof. Wenn ich das ganze Let's Play über nur schweige. Die Frage ist nur. Äh. Habe ich denn jetzt hier. Wo da sind die Treppen. Womit baue ich denn jetzt. Hier. Ah. Kann ich ja so machen. So. Dann mache ich jetzt mal. Das wird doch nicht etwa schon wieder. Das gibt es doch nicht. Dass es schon wieder dunkel wird. Okay. Jetzt mache ich aber glaube ich noch das fertig hier. Und dann. Ne. Kann ich ja immer noch. So. Die Frage ist nur. Und dann. Weiß ich noch nicht. Oh. Falsch. Mist. Verdammt. 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 So. Äh. So. So. Und dann. So. Genau. Es ist ein bisschen verwirrend. Wenn man so um die Ecke immer bauen muss. Muss man auch um die Ecke denken. Sozusagen. Ne. Und die Musik ist auch schon wieder. Was ist denn das diesmal? Ach. Schon wieder Pennsylvania Rose. Das gibt es doch nicht. Diese Random Funktion. Die wiederholt immer die Stücke. Na gut. Bei drei Stunden Aufnahme kann das durchaus mal vorkommen. Aber eigentlich. Naja. So. Was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich hier natürlich in der Mitte auch noch was. Mach ich mal so. Mach ich mal so. Okay. So. 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 Ach. Mann. So. Nein. Verdammt. 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 Das gibt es doch gar nicht. Also. So. So. Und so. Und so. Und hier oben drauf nochmal. Wo ist es denn jetzt? So eine Halbstufe. Da habe ich noch. Habe ich natürlich sehr viele mitgenommen. War irgendwie unsinnig. Aber naja. So. Das Gute ist jetzt siehst du natürlich von außen ein bisschen mehr. Ne. Das. Komme ich jetzt hier irgendwie. Aua. Ja. Das war der Plan. So wollte ich unten landen. Ja. Eigentlich wollte ich nochmal zwischendurch landen. Jetzt ist es auch wurscht. So. Ich gehe hier mal ganz kurz pennen. Ach. Gute Nacht. Und das war W-W-Musik. Schlafen. Boah. Ich habe auch heute im echten Leben auch sehr wenig geschlafen. Muss ich ja auch zugeben. Wie lange habe ich denn überhaupt. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz weg. Oh. Moment. Das hier muss ich mal ganz kurz weg. Das geht ja so nicht. So. Hier auch nochmal. Zum Glück habe ich Sand genommen. Der fällt ja immer runter. Ist ja praktisch. Das ist echt praktisch. Theoretisch könnte man jetzt da oben nochmal. Könnte man da noch was hin machen? Ich weiß es gar nicht. Wenn man jetzt hier. Oh. Hier ist natürlich auch noch falsch. Muss natürlich noch weg. Also wenn man jetzt hier. Die Decke rein macht. Dann könnte man da oben. Ah. Wird schwierig. Muss ich ja auch zugeben. Da noch irgendwas rein zu machen. Was ich aber machen müsste. Habe ich jetzt natürlich nicht. Hier oben. Das jetzt irgendwie. Oder ich mache da einfach eine Decke hin. Und dann. Könntest du natürlich. Ähm. Ne. Das geht nicht. Kannst nichts groß rein machen. Leider. Außer du machst die Decke hier hin. Dann hättest du zumindest das Ding da. Als Fläche. Allerdings ist das denn hier nicht so hoch. Das ist ein bisschen doof. Äh. Wenn ich jetzt also hier. Ne. Huch. Ah verdammt. Du bist doch falsch. Wenn ich jetzt also hier. Jetzt eine Decke noch rein machen würde. Ach komm. Das kann ich ja mal machen. So. Und mache ich das noch. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Schaue ich mir mal an. Wie es denn aussieht. Ne. Wenn man das zum Beispiel falsch baut. Dann sieht es auch sehr schön aus. So. Moment. Und vor allem muss ich jetzt wieder Fackeln setzen. Jetzt ist hier drin nämlich sehr dunkel. Das wollen wir ja auch nicht. Dann spawnt hier was. Und das ist ja auch irgendwie doof. Mache ich einfach direkt. Dann mache ich einfach so hier. Hier so. Blups. Und. So. Was jetzt natürlich eigentlich nicht geht ist. Ah doch. Das müsste sogar gehen. Wenn du einfach nur das da drehst. Wenn du den Boden mitdrehst. Geht es natürlich nicht. Äh. Ähm. Hier dieses. Das zu verrücken. Weil eigentlich kann man glaube ich so eine Windmühle drehen. Damit die sich immer in den Wind dreht. Dann müsstest du praktisch. Das hier oben drehen. Und den Boden natürlich nicht mit. Weil du ja da durchkommst. Ne. Ist ja irgendwie klar. So. Dann hast du hier also. Die Decke. Und dann. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Wie kommt man denn da hoch. Keine Ahnung. Hm. Könnte man auf jeden Fall noch was hin machen. Die Frage ist halt. Wie kommt man da hoch. Weil das Ding dreht sich ja eigentlich. Oder? Weiß ich. Doch. Müsste sich eigentlich drehen. Also theoretisch. Wenn das jetzt hier richtig wäre. Und so. Hier ist jetzt natürlich ein Grafik-Bug. Das ist ja sehr schön. Wir haben ja diese Fehler. In Minecraft. Das ist echt eine Katastrophe. So. Könnte man ja eigentlich hier. Warte mal. Der Boden dreht sich ja nicht mit. Das ist ja doof. Warte mal. Wie kommt man denn da jetzt am besten hoch? Was mache ich denn da jetzt? Könnte man ja eigentlich hier. Ne. Aber ne. Das geht ja nicht. Verdammt. Weißt du was? Ich mache das nochmal weg. Ich lasse das jetzt einfach so offen. Ist jetzt auch wurscht. Was aber fehlt ist hier. Dass da jetzt die Sonne durchsteint. Das ist auch sehr schön. Ähm. Nein. Die Axt ist kaputt. Na toll. Also ich mache das dann doch nicht weg. Ah. Also ich kann mir natürlich eine neue Axt machen. Das ist auch nicht schlecht. Ich mache mir einfach eine neue Axt. So. Äh. Moment. Da ist das Eisen. Und dann noch mal eine Stöcke. So. Und dann habe ich eine neue Axt. Toll. Von X. Ne. Keine Ahnung. So. Ups. Lalalala. Was ich jetzt natürlich brauche ist noch. Äh. Sind noch vier von diesen Balken. Von diesen Holzdingern. Damit ich das da oben richtig machen kann. Sonst sieht das ja auch doof. Wobei geht das überhaupt? Doch müsste man dann eigentlich so machen. Ja. 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 Sonst geht das ja nicht. Das sieht dann doof aus. So. Lalalala. Okay. Oh. Das auch nochmal weg. Und hier auch nochmal. Muss wieder weg. Es tut mir leid. Erstens der Grafikbug da hinten mit dem. Also jetzt ist es natürlich schon wieder weg. Aber. Ne. Dieses mit dem Schatten. Das sah doof aus. Und. Äh. Zusätzlich noch die Tatsache. Dass. Na ja. 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 Das ist noch eine Fackel. Die möchte ich natürlich unbedingt haben. Ne. Ich bin einfach so Fackelgeil. Ne. So. Hier unten. Ach du Scheiße. Hier fehlt natürlich auch noch der Boden. Ich bin ja auch ein sehr schlaues Mensch. Müsste ich eigentlich was anderes als Holz rein machen. Weil es eine Mühle ist. Vielleicht Kies. Ne. Geht auch nicht. Ich glaube ich hole noch ein bisschen Holz. Komm. Weißt du. Kannst ja auch mal machen. Ich brauche ja eh noch Holz. Oh hier liegt noch. Hier hat noch jemand sein Skelett verloren. Seine Knochen. Die Knochen sind natürlich essentiell fürs Überleben. Außer man ist eine Nacktschnecke. Dann braucht man keine Knochen. Oder generell ein wirbelloses Tier. Da gibt es ja jetzt nicht so viele Schlangen. Glaube ich haben keine Wirbel. Kann das sein? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gerade ein. Weiß sind trotzdem. Das ist eine Biene ne? Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Soll das eine Biene darstellen? Oder so eine Hummel. Hört sich zumindest so an. Aber ich vermisse die ganzen Tiere. Es sind so wenige hier. Sollten doch eigentlich viel mehr sein oder nicht. Verstehe ich nicht. Liegen eigentlich Setzlinge? Ne. 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 Leider nicht. Verdammt. Hm. Doof. Na egal. Ähm. Hier kann ich nochmal. Halt. So. Bekomme ich auch nochmal Holz. Puh. Was war das denn gerade? Habe ich schon wieder was gehört? Aber keine Ahnung was es war. So. Und das hier nochmal weg. Dieser Baum. Und dann sollte das an Holz eigentlich reichen. Was ich da habe. Oder? Wie viel habe ich? 15. Ah. Das wird. Könnte. Unter Umständen ausreichend sein. Müsste eigentlich reichen. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal rüber. Moment. Und dann baue ich das nochmal aus. Nochmal richtig. Und wenn es nicht reicht. Ich habe noch halb. Diese Halbstufen. Das ist ja auch nicht das Problem. Nehme ich die halt einfach. Ja. Geht ja auch. So. Mühle sieht jetzt. Zumindest sieht man jetzt. dass da ein Dach ist. Das ist ja auch schon mal schön. So. Ähm. Die Anzahl an Halbstufen, die ich habe, stimmt irgendwie nicht. Irgendwie ist da ein Fehler. Müsste doch eigentlich ungerade sein. Und vor allem müsste ich. Hä? Komisch. Habe ich irgendwo eine zu viel abgebaut? Ah. Achso. Ich glaube da war irgendwo eine zu viel. Ja. Dann passt schon irgendwie. Ach. Keine Ahnung. So. Ähm. Die Dinger wollte ich jetzt da ran machen. Genau. Komme ich jetzt natürlich auch gar nicht rauf. Das ist ja sehr praktisch. Äh. Wie mache ich das denn jetzt? Ähm. Quatsch. So. Okay. Ja. Wieder weg. Möchte ich gleich nochmal. Hier. Einer müsste eigentlich reichen sogar. Wenn ich jetzt springe. Ja. So. Und dann hier nochmal. Hups. Ach. Hier ist auch nochmal. Ist ja noch gar nicht weg. So. Hops. Und hier drüben nochmal. Jetzt natürlich eigentlich viel zu hoch das Ganze. Muss ich ja auch sagen. Aber. Naja. So. Okay. So. Eigentlich ist es zu hoch. Müsste eigentlich ein tiefer sein. Ne. Oder man macht jetzt einfach hier oben. Ne Decke doch wieder rein. Na. Weiß ich nicht. Soll man. Also doch. Jetzt mach ich hier einfach einen höher. So. Ist jetzt auch wurscht. Huch. Ne. Das war falsch. Ist jetzt eigentlich egal. Aber ich mach trotzdem nochmal so. Jetzt mach die Decke einen höher. Weißt du. Ist voll anders als vorher. Dafür hab ich jetzt hier diesen Lichtbuck nicht mehr. Siehste. Da. Na gut. Noch weiß ich gar nicht. Ob er sonst auch aufgetreten wäre. Jetzt schon. Keine Ahnung. Aber. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht da. So. La 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 da. Und da nochmal. So. Werde ich auch mal diese Halbstufen los. Auch wenn ich da ganze Blöcke hätte setzen können. Aber. Ich hab noch so viele Halbstufen. Dann ist auch egal. So. Ist doch schön hier. Ne. Jetzt ist auch nicht zu hoch. Äh. Und jetzt muss ich hier unten nochmal den Boden machen. Und dann. Wollte ich noch irgendwas machen. Ja. Etwas wollte ich noch machen. Und dann wollte ich aber eine Aufnahmepause machen. Ich weiß gar nicht. Ob der Kies dafür reicht. Keine Ahnung. Huch. Jetzt die Tür natürlich weg. Äh. Möchte ich mal folgendes. Wo sind die? Eigentlich nur als Bretter. Da. Und. Wieso hab ich jetzt elf davon? Achso. Ja. Ich hatte ja 15 gesammelt. Dann stimmt's. Okay. Ich war gerade irritiert. Ist aber richtig so. Okay. Das reicht auch so. Ja. Ja. Das passt. Das reicht. Das reicht. So. Das. Okay. Ich weiß gar nicht. Ob man das hört. Wenn ich so flüster. Keine Ahnung. So. Hm. Naja. So. Äh. Äh. Hört man das. Wenn ich so flüster? Ich weiß es nicht. Hm. Kann ich ja nachher mal gucken. Oder hören. Gucken kann ich ja eher schlecht. Nein. Verbaut. Alter. Ich kann gar nicht aufhören mit Minecraft. Das ist echt schlimm. Ne. Ich spiele schon wieder viel länger als ich eigentlich wollte. Äh. Ich wollte noch. Hier hatte ich noch irgendwo. Nein. Das ist. Ja. Hier. Da. Keys. Den wollte ich nochmal auslegen. Drüben. Hier hinten. Und dann wollte ich aber auch schon eine Aufnahmepause machen. Das Ei nehme ich auch nochmal mit. Ne. Warum nicht? So. Hier hinten. Das ist auch sehr schön. Ne. Ist so ein bisschen. Hat schon irgendwie was. Muss ich ja sagen. Hier jetzt der Durchgang. Der führt jetzt da halt hin. Ja. Auch sehr schön. So. Ich glaube das wird nicht reichen. Die. Äh. Wie viel waren es? 23? Die 27 die ich da hatte. Glaube ich. Ich glaube das wird. Ne. Oder? Äh. Ne. Fehlen natürlich. Bestimmt kommt jetzt ein Feuerstein. Nein. Doch nicht. Zwei Stück fehlen. Wow. Ist das ein Traum. Dream come true. Und es ist sehr dunkel hier. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Im Gasthaus beim Mahn. Ich kann mir ja mal ein anderes Zimmer nehmen. Weißt du. Ich nehme mir mal das gleiche Zimmer. Das ist ja auch auf Dauer langweilig. Ich werde jetzt mal ein paar Möhren essen. Ne. Äh. Übrigens habe ich gehört. Spanier sollen, äh, äh, sollen das Wort Moorrüben gar nicht so einfach aussprechen können. Weil die es anders gewohnt sind, das Wort, also das R auszusprechen. Ich glaube ein Ö. Ne, ein Ü haben sie auch nicht. Moorrüben. Naja. Siehst du, hier oben ist zum Beispiel auch ein Bett. Da kannst du auch mal pennen. Ich glaube ich gehe jetzt hier oben mal schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und ich danke euch mal fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal.